Shalom, Shalom! Guten Morgen aus Afrika, Uganda, der Perle Afrikas. Ich bin hier in unserer Mittelschule, die vor vier Jahren begonnen hat. Wir sind immer noch im Bauen, aber wir haben schon begonnen mit fast 1000 Kindern und es wächst von Jahr zu Jahr. Also hier habe ich meine liebe Direktorin dieser Schule, Madame Edith, eine wunderbare gläubige Frau, die voll des Heiligen Geistes ist, aber auch eine sehr gute Leiterin, klaren Charakter, klare Worte, klare Leiterschaft. Und hier hinter mir stehen die zukünftigen Leiter von Afrika. Are you the future leaders of Afrika? Yes! Who is? Alleluia! Alle, alle wissen, sie sind berufen, zukünftige Leiter Afrikas zu werden und vielleicht auch großen Teilen der Welt. Denn Afrika war bisher der letzte Kontinent, aber die letzten, sagt das Wort Gottes, werden die Ersten sein. Und wir haben die tiefe Überzeugung, dass Afrika von jetzt an hoch steigen wird und dem Rest der Welt zeigen wird, wie man als Reich Gottes Bürger lebt. Ja, also vor vier Jahren hat Gott zu uns gesprochen und schon etwas vorher, dass wir alle Kinder von den gesamten Volksschulen im ganzen Land zusammenholen sollen für die letzten sechs Jahre ihrer Erziehung, was also mittlere Reife Abitur anbelangt. Viele, aber auch noch viele haben auch handwerkliche Ausbildung, was ich sehr fördere. Aber 3600 werden beisammen sein hier auf diesem Gelände, wenn sie alle hier sind von den verschiedenen Teilen Ugandas. Und das Hauptziel dieser Schule ist, dass sie lernen, als Überwinder zu leben, dass sie lernen, ihr Vertrauen hundertprozentig auf Gott zu setzen, dass sie lernen, zu wissen, dass Gott ihnen schwachmächtig ist und dass die Letzten die Ersten sein werden. Und ganz gleich, wie ihr Anfang war, die Kinder, die ihr hier seht im Hintergrund, sind die meisten voll weißen oder aus extrem armen Familien. Und sie sind schon durch Kindergarten und Volksschule von uns gegangen in verschiedensten Teilen von Uganda. Und jetzt haben wir sie zusammen geholt, bevor sie auf die Universität gehen und ins Leben hinaus freigesetzt werden. Und es ist eine helle Freude zu sehen, wie diese Kinder wachsen. Are you growing? Who is happy to be here? Also alle sind sehr glücklich, hier zu sein. Und bei uns, die Kinder gehen gerne in die Schule, denn sie wissen, was es für ein Privileg ist. Ja, wir haben bisher jetzt gebaut diesen Schulblock, den ihr da hinten seht. In einigen Tagen werden wir den zweiten Schulblock nur noch einen Stock höher beginnen. Und das wird dann die Fülle dieser Schule sein. Wir haben schon eine Schlafräume für 1.600 Kinder fertig. Jetzt sind wir in zwei, drei Monaten auch mit dem zweiten Schulblock fertig. Wir haben eine Community-Hall gebaut für 4.000 Kinder oder halt 4.000 Menschen. Das wird auch dienen als Konferenzhalle oder auf jeden Fall Andachten jeden Früh, jeden Abend, Sonntagsgottesdienste, Filme am Wochenende. Aber auch für Prüfung, es wird unser Prüfungszentrum für weit und breit sein, für mittlere Reife und Abitur. Und ja, dann sind wir dabei jetzt in diesem neuen Komplex auch eine Klinik unten einzuführen. Denn das ist auch eine Vorschrift von der Regierung, dass wir diesen Kindern medizinische Betreuung geben. Und unsere Ärzte sind sehr gut, denn sie beten und verlassen sich nicht nur auf ihr medizinisches Wissen. Ja ihr Lieben, ich freue mich unwahrscheinlich, euch das zu zeigen. Und bitte sagt nur nicht, die Maria hat es geschaffen. Denn ich stehe genauso staunend hier wie jeder andere. Gott gibt mir Aufträge, ich gebe die Aufträge weiter und die Afrikaner erfüllen sie. Und da bin ich so stolz, da ist gerade kein einziger Weißer mitgearbeitet. Alles Afrikaner. Die Baumeister, die Architekten, die ganzen Arbeiter, die ganzen Lehrer. Alle Schüler, es gibt auch kein einzig weißes Kind in dieser Schule. Und da bin ich so stolz, im besten Sinne, dass Gott hier so etwas umsetzt. Und mir solche Leute gibt, wie die Mama Edith, mit der ich total fließe im Geist. Und wo wir wissen, wir haben hier einen Auftrag von Gott, nicht uns zu verherrlichen, sondern Gott zu verherrlichen. Und diese Kinder durchbrechen zu sehen in den Traum, den Gott für sie hat. Denn Gott hat für jeden von uns einen Traum, ihr Lieben. Und den Traum zu erreichen, ist der Sinn des Lebens. Und da möchte ich auch jedem von euch jetzt sagen, bitte Gott um den Traum, den er für dich hat. Und da hat Alter keine Rolle. Gott kann, ja beim Mose hat es mal alles mit 80 begonnen. Bei Joshua genauso. Ihr Lieben, Gott ist nicht ein Gott, der an Geburtsscheine gebunden ist. Sondern er ist ein Gott, für den nichts unmöglich ist. Und so bitte ich dich, wage es zu beten. Herr, zeig mir den Traum, den du für mein Leben hast oder hattest. Und hilf mir, da durchzubrechen in diesen Traum. Aber dazu musst du beten. Herr, du kannst machen mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Du kannst mich auch auf null reduzieren. Das tut er sehr gerne. Aber verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen und schenk mir Freude, die diese Welt nicht geben und ich nehmen kann. Und ich garantiere euch, ihr Lieben, was ihr hier seht, ist alles aufgrund der Aufträge, die Gott mir gibt. Träume, Visionen, er spricht zu mir und ich sage, ja, ich stehe dir zur Verfügung. Du musst mir aber alles Geld geben, alle Leute, alle Pläne, alles dazu. Und er tut es. Und letztendlich gebührt ihm alle Ehre. Aber wir dürfen die Freude behalten. Wir werden euch jetzt noch durchführen, durch diese Bauten, die schon hier stehen. Und ihr werdet sehen, Gott ist ein großer Gott. Und für ihn ist nichts unmöglich. Ich freue mich schon, wenn ihr jetzt sehen könnt, was Gott hier schon getan hat. Nicht, weil wir so großartig sind, sondern weil er so großartig ist. Und wir ihm Schritt für Schritt gehorchen. Also, kommt mit auf diese Reise.